Wir befinden uns hier auf den Kapellendach der Burg Hainfels. Hinter mir ist der Bergfried, auch der Hunden-Dom genannt und der Legende nach eben von den Hunden, einem Reitervolk aus dem Osten, erbaut worden. Wir wissen heute, dass die Hunden nie in Brustertal waren, aber die Legende erzählt, dass ein Riese aus Doblach, der Riese Haunold, den Hunus, den Anführer dieses Reitervolks, in einer legendären Schlacht hinter der Burg besiegt hat und mit einem Teil des erbeuteten Schatzes baut er die Stiftskirche in Innichen und der andere Teil, der soll noch irgendwo hier in Hainfels begraben liegen. Wo genau, das wissen wir nicht. Aber wer sich jetzt auf die Suche begeben will, der ist herzlich eingeladen, diese Burganlage zu besichtigen und selber sein Glück zu versuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017